ja leute was glaubt mir ist willkommen zu diesem video heute ein bisschen ernsteres thema und zeug ist dieses video einem ganz bestimmten menschen gewidmet und zwar maurice kronerwitter also erstmal wenn ich den namen falsch ausgesprochen habe sorry erstmal dafür und zwar ist die person die vor einem jahr auf öffentlichen straßen zusammengeschlagen wurde und an seinen eigenen glutungen erstickt beziehungsweise gestorben ist dieses gameplay ist für dich maurice und teile dieses video damit es wirklich viele leute sehen und ja ich wünsche euch viel spaß mit dem video ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020